Bei mir zu Gast Cornelis Carter im Nachgespräch. Er bezeichnet sich selbst bei Twitter als der moderne Nerd. Ich kann mir zumindest keinen Unterschied zwischen dem alten Nerd und dem modernen Nerd vorstellen. Also vielleicht hat sich jetzt eine Ikea-Wohlfühllampe in das Kellerloch mit PC geschlichen. Ich weiß es nicht. Wie sieht das aus, Cornelis? Ja, ich habe den Begriff mal vor ein paar Jahren mir quasi ausgedacht, nur um festzustellen, dass es ihn schon gab im Netz. Und tatsächlich deckte sich die Definition, die ich für mich gefunden hatte, auch mit der, die ich dann im Netz fand. Und was ich ganz witzig finde, ein moderner Nerd scheint also zu jemandem zu sein, der sowohl mit Technik ganz gut kann, aber auch reden. Also der nicht nur im Keller sitzt und picklich ist, sondern auch ein Gespür für Ästhetik und Gestaltung hat, der so quasi so ein bisschen vermittelt zwischen der Technikwelt und der Welt da draußen. So ungefähr war das für mich damals, was auch viel prägt, was ich so tue. Was tust du denn so? Also im Nachgespräch ist es ja so, Usus, dass sich die Leute selbst vorstellen, weil ich kann ja das ganze Internet nicht nach dir durchsuchen. Genau. Wobei es ganz interessant ist, ich habe das schon gemerkt in der Meldung, die du vorher geschrieben hast, auf deiner Webseite, in dem Post. Was so andere über mich sehen, entspricht halt nicht unbedingt dem, was ich in mir sehe, aber das ist vielleicht normal. Rest mal voran formal, ich bin seit vielen Jahren, arbeite ich an der Uni in Hannover als E-Learning-Koordinator. Das wird am meisten nicht viel sagen und ist auch mal ein bisschen holprig so als Begriff. Eigentlich meint das, dass ich an der Hochschule ein bisschen mich mit neuen Möglichkeiten von Technik beschäftige. Im Alltagsgebrauch heißt es aber auch, dass ich den E-Learning-Support für unsere Lernplattform quasi leite. Ich kümmere mich also darum, mir zu überlegen, was man als nächstes so für schöne Dinge tun könnte. Aktuell geht es halt um Apps und um elektronische Prüfungen und vieles mehr und versuche das halt den Menschen, die vielleicht noch nicht so ganz auf der Höhe sind, zu vermitteln und die die Vorteile aufzuzeigen. Das passt halt ganz schön, dass ich auf der einen Seite quasi Innenpolitik mache und meinen Vorgesetzten erkläre, was man so tun kann. Auf der anderen Seite aber auch Kundenkommunikation mache und den Studierenden und Lehrenden erkläre, wie sie mit Technik klarkommen. Also ich spreche halt relativ viel über Technik in diesem Bereich. Und wie kommen die Leute so mit Technik klar im Allgemeinen? Interessanterweise immer besser, was im Support unsere Arbeit verringert. Natürlich gibt es immer wieder neue Themen, wo es eigentlich gleichbleibend knifflig ist, die ja auch saisonfähig zu machen oder die Vorteile zu verkaufen. Insofern ist das immer wieder ein Kampf. Man lebt quasi privat in der Zukunft mit den neuesten Möglichkeiten, mit aktueller Technik und ganz vielen Apps und webbasierten Diensten, arbeitet im Alltag quasi so ein paar Jahre, also vielleicht fast schon zehn Jahre zurück an Software, die man tatsächlich mal selbst geschrieben hat. Dazu vielleicht gleich ein bisschen mehr. Und versucht irgendwie zwischen diesen verschiedenen Welten zu vermitteln. Das ist manchmal relativ interessant, so als Spannungsfeld in mir selbst drin. Ja, bevor wir gleich zu dem ganz wichtigen Projekt von dir kommen. Du hast gesagt, man muss immer schauen, dass man aktuell bleibt und dem Trend sozusagen folgen kann, auch im Bereich der wissenschaftlichen Lehre. Aber Blutgrätschenfrage, ist es dann nicht so, dass man irgendwie den Inhalt aus den Augen verliert, wenn man sich so viel mit den Methodiken beschäftigen muss? Naja, wir verstehen die E-Learning vor allen Dingen als das Stützen von Lehre mit digitalen Medien. Und das heißt gar nicht, dass wir unbedingt den Inhalt komplett digitalisieren wollen. Zum Beispiel bieten wir Vorlesungsaufzeichnungen an, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben, auch gegen Widerstände, die nicht die Lernform darstellen, die wir den Studenten empfehlen würden. Aber es ist eine sehr gute Lernform, die hilft, wenn man zum Beispiel krank ist, ein Kind zu erziehen hat oder sich im Ausland befindet. Oder aus anderen Gründen es einfach nicht in Hörsaals schafft. Trotzdem sagen wir, die Lehre im Hörsaal mit dem Menschen vor sich ist das Beste. Andererseits können wir aber auch mit Technik einfach Nutzen bringen, der die Lehre verbessert. So ungefähr da liegt das, was wir eigentlich tun wollen. Also siehst du E-Learning mehr als die Stütze oder sozusagen früher das analoge Diktiergerät unter der Hörsaalsbank? Richtig. Also man könnte fast sagen, das erste Stück E-Learning war vielleicht der Tageslichtprojektor, weil der Strom reingeflossen ist. Dann später kam der Beamer mit der PowerPoint-Präsentation. Ich würde das alles quasi als E-Learning bezeichnen, weil es eben Technik ist, die die Lehre unterstützt. Natürlich sollte man es da anwenden, wo es hilft. Und nicht einfach quasi blind drauf los mit tollen neuen Möglichkeiten, überall Smartboards, wo man sie gerade hinbauen kann, sondern es geht auch immer darum, so ein bisschen zu gucken, wo es passt. Was meinst du, würde eine Universität noch funktionieren ohne diese Hilfsmittel? Interessante Frage. Ich glaube nicht, wobei sich ganz viel auch von unten herauf aufbaut. Ich würde diese Hilfsmittel auf jeden Fall auch erweitern auf Dropbox, Facebook und anderes, auch wenn das mein Arbeitgeber vielleicht gar nicht so gern hört, weil diese Hilfsmittel nicht sehr beliebt sind. Aber ohne die wäre, glaube ich, gerade in heutigen Studienstrukturen mit Bachelor- und Masterstudiengängen mit sehr knappen Zeitbudgets und vielen anderen Beschränkungen studieren, so nicht mehr möglich. So wie ich selbst studiert habe, damals noch als Diplom in Göttingen, kann ich mir gut vorstellen, dieses Studieren, wenn es das noch gäbe, wäre auch ohne so viel Technik möglich. Da war einfach ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Raum, sich zu beschäftigen, sich auszutauschen und ganz, ganz klassisch zu lernen. Das geht so aber heute nicht mehr. Aber ist das jetzt nicht eigentlich so ein Vernichtungsargument für das E-Learning, zu sagen, wir müssen das heute so machen, weil wir nicht mehr die Zeit haben, vernünftig zu lernen? Ich meine, gut, die Entscheidungen, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, sind sicherlich woanders gefallen. Ich würde sie vielleicht gern zurückdrehen. Aber wir können helfen und können das, glaube ich, doch deutlich wieder angenehmer machen. Das andere Ding ist, dass ich persönlich eigentlich Technik im Alltag immer als etwas sehr Positives empfinde, was mir persönlich Spaß macht, was auch Kreativität und Potenziale freisetzt. Und das, finde ich, hilft auch beim Lernen in jeder Form. Auch wenn vielleicht, ob ich jetzt viel Zeit habe oder wenig Zeit habe, kann ich daraus einen Nutzen ziehen. Und ich hoffe so ein bisschen, dass vielleicht dieses positive Empfinden von Technik auch unsere Kunden, unsere Nutzer da draußen so ein bisschen selber auch entwickeln können, auch wenn da vielleicht anfangs Ängste sind. Du hast ja auch an einem Projekt mitgemacht, das sich wirklich mit dieser Schnittstelle aktiv beschäftigt. Aber bevor wir da den Dreh finden, wie war es eigentlich jetzt zu deiner Zeit zu studieren? Und du hast jetzt, glaube ich, auch nochmal durch deine Arbeit an der Universität so den Eindruck, wie ist es heute zu studieren? Was kannst du da so für dich mitnehmen? Also für mich würde ich sagen, es war früher viel entspannter. Es gab viel mehr auch am Rande des Tellers zu lernen. Der Blick über den Tellerrand war ganz wichtig. Und das ist das, was mich eigentlich zu dem gebracht hat, was ich jetzt bin. Also ich glaube, nichts von dem, was ich jetzt beruflich mache, ist etwas, was ich im Hörsaal formal gelernt habe, sondern das habe ich alles irgendwie währenddessen gelernt, weil ich einfach Zeit hatte, mich mit meinen Interessen zu beschäftigen oder meinen Interessen freien Lauf zu lassen. Ich habe furchtbar viele Dinge gemacht, da kam es auch gleich noch zu kommen, weil ich immer so das Bedürfnis hatte, alles auszuprobieren, was irgendwie mit Technik zu tun hat und mit Kreativität und mit sich selbst auszudrücken, mit diesen Aspekten. Dieses Dreieck aus Technik, aus Erschaffen und aus eigenen Grenzen überschreiten, dafür brauchte man Zeit und das sehe ich, dass es den Studenten heute fehlt. Ich kann doch nicht ganz abschätzen, ob die jetzt auf dem Arbeitsmarkt irgendwie viel zu kräftiger, viel besser irgendwie da geeignet sind, sofort einzusteigen oder eigentlich im schlimmsten Fall zu Robotern werden, die nur die Dinge gelernt haben, die im Lernbuch stehen und die vielleicht gar nicht helfen, um wirklich später zu fähigen Mitarbeitern und auch Führungspersonen zu werden. Ich sehe es ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube, es ist zu früh, um da jetzt den Untergang des Abendlands aufzubeschüren. Die Studenten, mit denen ich zusammenarbeite, die ich erlebe, sind nach wie vor äußerst engagiert und einfach tolle Menschen, die da noch ganz viel auf dem Wege lernen können und lernen werden. Das lässt sich so leicht, glaube ich, auch gar nicht durch andere Strukturen kaputt machen, dieses Interesse auch einfach sich zu entwickeln. Also sozusagen, die Universität beschränkt sich mehr auf die Methodiken und der Inhalt schreibt dann das Leben, wie es vielleicht in der Feuerzangenbole so schön übertragen heißen würde. Genau. Ich glaube, wichtig bleibt einfach der Tipp, falls Studenten zu hören, macht praktische Erfahrungen, macht Praktika und versucht, so viel ihr könnt, außerhalb des Hörsatzes euren Interessen nachzugehen. Das war der Tipp, den ich bekommen habe, Studium, der gilt nach wie vor. War das dann auch der ausschlaggebende Grund für das StudIP-Projekt oder wie kam es dazu? Das war eigentlich fast ein Versehen, beziehungsweise das StudIP-Projekt ist tatsächlich entstanden aus Faulheit. Und das mag uns heutzutage keiner mehr glauben. Damals waren wir drei, vier, fünf, sechs Admins an Instituten, also in der Regel für Webseiten zuständig und mussten eigentlich im Tagestakt die gleichen stupiden Tätigkeiten immer wieder ausüben. Sprich, wir bekamen Disketten und mussten Dateien auf der Webseite für jedes Seminar einpflegen, damit andere Studenten sie runterladen konnten. Wie groß waren die Disketten damals? Ja, 1,4 Megabyte. Ah, okay. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, muss ich gestehen. Da war ich, glaube ich, keine Ahnung, sieben Jahre. Darauf passte zumindest die ganze Bibel. Ja? Im geeigneten Format, ja. Okay, also sozusagen VHS von der Pornoindustrie und die Diskette von der katholischen Kirche. Okay, finde ich ein schönes Bild. Egal, lass dich nicht verwirren, ja? Macht nichts, finde ich gut. Lange Zeit da hat tatsächlich auch das Upload- und Download-Limit für StudIP 1,4 Megabyte, weil wir gesagt haben, was nicht auf die Diskette passt, so groß darf ein Hausarbeit dann eben auch nicht werden. Also was größer ist, ist zu groß. Wir wollten uns eigentlich Arbeit abnehmen und ein automatisches System schaffen, um Dateien einfach irgendwo hinzuladen und Studenten eben die Möglichkeit zu geben, sie wieder runterzuladen. Das lief damals ein bisschen unter einem Schlagwort elektronischer Seminarordner. Wir waren aber dummerweise auch visionär auf unsere Art und haben uns unglaublich viel Zeug überlegt, was wir gerne auch machen würden. Sowas wie Vorlesungsverzeichnis, Einrichtungsstrukturen, Forum, Kommunikationsfunktionen, Profil, sowas wie ein Facebook, das damals aber nicht so hieß und haben einfach nicht aufhören können, das alles noch zu programmieren. Gefunden hatten wir uns einfach aus der Freude daran, mit neuen Techniken sinnvolle Dinge zu schaffen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sich durch mein Leben zieht, immer wieder festzustellen, was so geht und das dann eben auch einer größeren Menge an Nutzern zu geben, weiterzugeben. Das ist durchaus so ein bisschen das Missionsziel. Damals wollten wir einfach dynamische Webseiten bauen, also schlaue Anwendungen, also Anwendungen am Netz, die heutzutage im Prinzip eigentlich alles, was wir benutzen, so sind. Facebook, Google, das sind alles Anwendungen am Netz. Das war 1999 noch lange nicht so verbreitet. Da war im Prinzip jede Webseite statisch. Da gab es nicht viel hochzuladen, da gab es nicht viel, was irgendwie mit Datenbanken und mit dem Generieren von Inhalten zu tun hat und erst recht nicht mit einem großen Nutzen. Also der normale Konsument war ziemlich passiv im Jahre 1999 und das wollten wir letztlich durchbrechen. Wir wollten mal gucken, welche Möglichkeiten da so im Karton sind. Da dachten wir, naja gut, so ein Schweizer Tassenwässer für den universitären Alltag, das wäre es doch. Das versuchen wir mal und haben einfach nicht mehr aufgehört zu programmieren, als Hiwis in unserer Freizeit in allen Lebenslagen, später gestützt durch Projekte und vieles mehr, sodass tatsächlich eine ausgewachsene Software dabei herausgekommen ist, die mittlerweile an, glaube ich, 60 Hochschulen im Einsatz ist und irgendwie 15 bis 20 tatsächlich für alle Lehrveranstaltungen und wir zählen da bis zu 250.000 Nutzer. Das ist dann schon irgendwie so beeindruckend, dass ich es bis heute noch nicht ganz fassen kann. Aber ihr habt als Studierende angefangen an diesem Projekt? Die meisten von uns, ja. Also es gab ein paar Mitarbeiter, die waren damals wissenschaftliche Mitarbeiter, also mein Chef, der Ralf Stockmann. Aber die meisten von uns haben als Hiwis angefangen, die im Prinzip eingestellt waren, um mal so ein bisschen herum zu programmieren. Nebenbei natürlich, das war die offizielle Begründung, sich um den Rechnerfuhrpark des Instituts zu kümmern. Damals Kommunikationswissenschaften in Göttingen, mittlerweile leider nicht mehr existent. Und das war, genau, das war ein Studentenjob. Woran habt ihr euch dann orientiert für eure neuen Ideen? Weil du hast gerade gesagt, klar, Facebook gab es ja noch nicht. Aber was gab es denn da in diesen 90ern oder Ende der 90er an wirklich sozialer Aktivität im Netz, woran man sich irgendwie orientieren hätte können? Interessanterweise gab es, glaube ich, nichts Soziales. Wir hatten zwei Systeme zum Vorbild. BSCW war so ein Austauschsystem. Vielleicht kennt es noch jemand für Dateien. Und wir hatten Univis, so hieß es damals bei uns als elektronisches Vorlesungsverzeichnis. Das wollten wir so ein bisschen zusammenbringen. Also die Verzeichnisfunktion und auch die Austauschfunktion. Dass es Kommunikationsfunktionen geben sollte. Das war, irgendwann gab es kein Vorbild für uns, aber total klar, dass Nachrichten zwischen Nutzern und Her geschrieben werden konnten, dass man ein Bild hochladen konnte, dass man irgendwann auch ein Adressbuch mit Freunden aufbauen konnte. Das war alles tatsächlich sehr ähnlich zu Facebook, aber natürlich nicht ganz genau Facebook. Und wir haben damals oft diskutiert, ob wir eigentlich ein System mal zentral anbieten, hochschulübergreifend. Und irgendwie waren wir entweder dann da noch nicht kühn genug oder es war die Zeit nicht reif oder es fehlte einfach noch die Infrastruktur, so etwas hochzuziehen. Tatsächlich sind die Ideen irgendwie entstanden, weil sie logisch waren, würde ich fast sagen. Ich habe jetzt da kein Vorbild im Kopf, was uns da geleitet hätte. Aber wie habt ihr euch genau organisiert? Also früher gab es jetzt kein GitHub, keine Facebook-Gruppen. Wie hat man das früher denn gemacht? Naja, der Vorteil war, dass alle Entwickler in Göttingen saßen. Wir haben uns organisiert in der Kneipe oder vom Unikino und haben dann einfach uns lange die Köpfe eingeschlagen und diskutiert und Bier getrunken, bis wir wussten, was wir in der nächsten Woche programmieren und so weiter und so fort. Unser Versionsverwaltungssystem war im Prinzip einfach das damals schon laufende System. Wir hatten ja sehr früh schon Nutzer da reingeholt. Nach einem halben Jahr gab es die ersten konkreten Nutzer und das alles, was wir gemacht haben, lief quasi direkt am Leben den Patienten. Ja, früher konnte nicht viel schief gehen wahrscheinlich. So groß war die Software einfach auch nicht. Und es gab einfach auch nicht mehr als 250 Nutzer. Die ersten Nutzer kannten wir alle persönlich. Das war dann nicht so schlimm. Und der Name ist .IP. Woher kam der? Tja, das war ein Auftrag von meinem damaligen Chef, also dem Ralf, der mir gesagt hat, wir müssen uns unbedingt für diese Tagung anmelden. Du hast 15 Minuten, wir brauchen einen Namen. Mir ist keiner eingefallen. Drinnen vorkommen muss irgendwas mit studentisch. Es soll irgendwie auch Internet- und Präsenzlehre drin vorkommen. Soll gut klingen, geht's los. Ich so hochschied. So. Ich habe die Begriffe irgendwie hin- und hergewürfelt. Studentisch, also Stud, Internet, Internet Support hieß das damals. Nee, ich glaube, es ist Internetunterstützung. Das I von Präsenzlehre, also P. Stud, IP. Mir hat damals niemand gesagt, was ein Stud eigentlich ist. Vielleicht den die englischen Sprache etwas besser kennen. Wissen, was das ist. Stand der Zeit lang mal als Bezirksbefruchter an Leo. Mittlerweile zum Glück nicht mehr. Aber es ist durchaus so der Sex-Protz und der geile Hengst. Wusste ich damals alles nicht. Klang gut. Das Stud.ip. Irgendwie eine ganz komische Mischung zwischen Deutsch und Englisch. Das hat mir auch keiner gesagt. Und damit ist der Name dann geprägt gewesen. Ganz witzig ist, dass je nachdem, welchen Standort man besucht, es unterschiedliche Ausspracheweisen des Namens gibt, die darauf zurückzuführen ist, ob die ersten Betreiber der Software uns kannten oder nicht. Wenn man eine nette Mitarbeiterin in Hildesheim, die uns nie persönlich getroffen hat, die die Software dort hochgezogen hat. In Hildesheim spricht man es meistens Stud.ip aus. Okay. Also der geile Hengst der Universität sozusagen. Genau. Schöne Geschichte. Aber ich habe so das Gefühl, neben diesem E-Learning und Stud.ipierse, deinem, sag ich mal, sehr geordneten bürokratischen Berufsalltag, bist du durchaus ein Mensch, der viel kreativ macht. Und da fiel dir irgendwie so das Audio mehr ins Auge. Genau. Es sind halt viele, viele Stränge, die da so ein bisschen reinspielen. Das Audio, das kreative Umgehen mit Audio, namentlich mit Sprache, nicht mit Musik. Da bin ich eine komplette Niete. Gehe zurück auf meine Kindheit, wo mal mein Vater einen Ksettenrekorder hinstellte und mal sagte, Cornelis wird mal ein begeisterter Radioproduzent. Der Spruch ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Und es stimmt irgendwie auch, obwohl ich eigentlich nie wirklich zum Radio gekommen bin. Das war zwar Ziel zum Beginn meines Studiums, deswegen habe ich eben auch Medienwissenschaft mit anderen Fächern zusammen studiert. Aber das hat sich damals nicht so richtig ergeben. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich Grundfunk während meiner Studiumphase von kreativen Orten zu relativ blödsinnigen Abspielstationen für Musik und Moderatorenrobotern entwickelt habe. Deswegen wollte ich dann irgendwann diesen Bereich nicht mehr machen. Ich war immer sehr begeistert davon, sowohl Sprache als auch Geräusche aufzunehmen, Hörspiele zu produzieren und habe das immer wieder auf verschiedensten Wegen versucht. So ein Schlüsselmoment war für mich, als ich festgestellt habe, mit 18, glaube ich, war das, vom damals 486er, dass man so etwas wie Töne aufnehmen, wieder abspielen kann und damit quasi Digitalhörspiele produzieren kann. Das ist immer ganz interessant, sich nochmal bewusst zu machen, dass so bestimmte Dinge, die heute einfach mal gesetzt sind, irgendwann wirklich neu waren und man erst mal darauf kommen musste, dass das geht. Zu einem Zeitpunkt, wo die Technik normalerweise noch nicht so richtig weit war, sondern dass eher noch ein bisschen so ein Kampf und ein totales Neuland war. Und es war damals auch ein ziemlicher Kampf, weil es irgendwie eine Mischung war zwischen Geräuschen, die vom Rechner abgespielt wurden und Aufnahmen, die über Kassetten gemischt wurden. Was mich aber dann ziemlich schnell zum Lokalfunk gebracht hat, ich habe zwei Jahre Lokalfunk gemacht in Hameln damals, der Sender hieß Radioaktiv und das war eine wundervolle Phase. Das hat mir unglaublichen Spaß gemacht, viel mehr als Schule als alles andere in meinem Leben zu der Zeit, was auch dann die Noten letztlich nicht so besonders gut hat aussehen lassen. Das Spielen mit Sprache, das Schreiben von Stücken, einfach das Kreativsein, das hat mich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und diese kreative Ader zu unterhalten, Ideen zu entwickeln, auch mal Ideen neben der Spur zu entwickeln, das zieht sich für mich durch ganz viel durch. Und im Prinzip auch, selbst die Stuttgart-Geschichte war so ein kreatives Projekt, wo wir einfach die gegebenen Situation nicht hingenommen haben und gesagt haben, das kann auch anders gehen. Und dieses Anlass, dieses einen Nutzen für eine größere Anzahl von Menschen zu schaffen oder auch zu unterhalten, das zieht sich für mich durch sehr viele Projekte durch. Und ja. Du hast jetzt gerade schon sehr viel von Hörproduktionen erzählt. Was waren denn so deine ersten Produktionen? Worauf hast du dich spezialisiert, ging es da mehr um Hörspiele oder schon jetzt, wie du es heute machst, in Richtung Podcast, also Reportagen? Das waren eigentlich Hörspiele und zwar sehr kurze Hörspiele. Ich weiß nicht, ob das die Hörer noch kennen. Damals gab es eben bei Radio FFN das Frühstücksradio. Daraus hervorgegangen ist Oliver Kalkofer und viele andere, auch der Welke, der mittlerweile sportmoderiert war damals bei FFN. Und die hatten einmal pro Woche eine Sendung, in der circa 10 bis 15 Sketche, also kurze Hörspiele, aufwendig produziert zu hören waren, inklusive Moderation von Moderatoren in Rollen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich war damals irgendwie auch mehrfach dann zu Besuch in dem Sender und wollte immer genauso was machen. Das war mein Berufsziel. Und das hat, wie gesagt, nicht sonderlich gut geklappt. Aber im Lokalfunk damals zur Abiturphase und während des Zivildienstes hatten wir im Prinzip diese Sendung klein nachgebildet, wo es halt einmal pro Woche und im zweiten Jahr jede zweite Woche eine Stunde Radio gab unter dem Namen Amok. Und da haben wir dann einfach viel mit Hörspielen ausprobiert. Wir haben viele Geräusche gesammelt. Wir sind teilweise nachts noch rumgelaufen und haben irgendwelche Bäche, irgendwelche Fußstapfen und irgendwas aufgenommen, was wir dann eben zu kurzen drei bis vier Minuten zusammengebaut haben. Das war immer so ein bisschen die Richtung, die mich interessiert hat. Das Podcasting war irgendwann eigentlich eine logische Weiterentwicklung, weil ich nicht nur zum Radio wollte, ich wollte auch immer Architekt werden. Auch das hat nie geklappt. Der Podcast, den ich jetzt mittlerweile mache, jedoch führt das genau zusammen. Ich spreche über Gebäude, über Architektur und über Dinge, die ich sehe und das Ganze gepaart mit den Geräuschen, die man kriegt, die man draußen Aufnahmen macht. Insofern ist mir erst später aufgefallen, dass da eigentlich alles zusammenkommt, was ich immer werden wollte und etwas, was man immer werden wollte, nicht geworden ist, als Hobby zu machen. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache, weil durch die Freiwilligkeit einfach kein Druck im Nacken steht, das tun zu müssen, sondern es ist reines Wollen. Audio oder Radio wäre ja dennoch eine Berufsoption gewesen, aber lag es jetzt wirklich nur daran, dass dir die Radioszene nicht mehr so gut gefallen hat, dass es dann letztendlich nicht dazu kam oder gab es auch noch andere Gründe? Ich habe damit noch ein anderes Problem. Ich interessiere mich für zu viel, auch für zu viele Medienformen. Ich habe in meinem ersten Semester angefangen, mich für Filmen zu interessieren. Ich habe später dann relativ viel eben programmiert und ich würde sagen, Programmieren ist auch ein kreatives Medium. Da trenne ich gar nicht so stark. Im Studium ist der ganze Audiobereich zu kurz gekommen, was auch ein bisschen daran lag, dass sich in Göttingen wenig Menschen finden ließen, mit denen man sowas gut zusammen machen konnte. Es war einfach irgendwie kein Umfeld da und alleine steht man relativ blöd da. Aber finde ich zumindest, wenn man immer irgendwie einen Partner, irgendwie eine Gruppe braucht, mit der man seine Projekte zusammen entwickeln kann, das ist mir sehr wichtig. Und deswegen war in meiner Studienphase eigentlich der ganze Audiobereich nicht so stark. Das kam erst viel später dann zurück, als ich dann in Hannover arbeite und auf Helge gestoßen bin, der sich ebenfalls für diesen Bereich interessierte und letztlich für das Reden von Mikrofonen. Was habe ich noch gemacht? Ich habe auch ein bisschen Webseitenbetreuung gemacht und bin mittlerweile eben auch noch beim Theater gelandet, was wir gleich nochmal streifen können. Das sind alles ganz, ganz verschiedene Bereiche, die eigentlich aus dem Wunsch von mir entspringen, alles mal auszuprobieren. Und dummerweise mag ich auch alles. Deswegen, das Studium hat mich ein bisschen Richtung Programmieren geführt. Dadurch ist dann erstmal der ganze Radiobereich ersetzt oder überdeckt worden oder erstmal verdrängt worden, kam dann aber zurück, als ich nicht mehr programmiert habe. Also scheinbar kämpfen immer so die Mächte, die kreativen Mächte um die Vorherrschaft und unterschiedliche Mächte sind jeweils dann am Ruder in verschiedenen Lebensphasen. So könnte man das vielleicht beschreiben. Also sozusagen, du baust dir deine Kreativitätsbasis an der Universität durch, sage ich mal, E-Learnings oder IP-Betreuung, um dann sozusagen deine anderen kreativen Erweiterungen ausleben zu können. Kann man das so sehen? Das kann man so sagen, ja. Aber warum, also ich denke inzwischen hast du ja doch relativ viel gemacht, gab es aber noch nicht so einen Ausschlag irgendwie, wo du gemerkt hast, das irgendwie, das bleibt jedes Mal hängen, das kommt immer wieder, das zehrt immer wieder an mir. Gab es da bisher keine Mediensparte, Beschäftigung? Also das Akustische, das Audio, das Sprechen ist schon so ein bisschen das Ding, was mich am meisten beeindruckt. Es gibt auch keinen schönen Ort eigentlich als ein Tonstudio. Das hat so eine ganz besondere Atmosphäre. Ich besitze zwar leider kein eigenes Tonstudio, aber gucke halt immer mal, wo ich in solchen Orten arbeiten kann. Das wäre schon noch so ein Wunsch, irgendwann mal wieder was in die Richtung zu machen. Und es gab viele Versuche aus der Richtung des Podcastings. Wir machen ja was, was viel mit Reisen zu tun hat und ja, vielleicht auch Stadtmarketing oder ja, Reiseführertätigkeit, da vielleicht mal Fuß zu fassen und zumindest mal Projekte aufzuziehen. Das hat aber bisher nicht so richtig geklappt, weil meiner Empfindung nach ist Audio leider so ein bisschen das stiefmütterliche Medium. Es ist ein wundervolles Medium, aber eins, was man nicht so richtig anfassen kann, was auch nicht so richtig, ja. Es fehlt das Beeindruckende. Ja, ich meine, es gibt einen Grund, warum Podcasting immer leider noch so ein bisschen in der Niese steckt, aber YouTube an jeder Ecke irgendwie zu kriegen ist. Also ich würde es gar nicht gegeneinander setzen, aber man merkt halt schon, auf der Straße kannst du Leute fragen, YouTube kennt jeder Podcasting, vielleicht jeder Zehnte. Du hast aber vorher noch was erwähnt und zwar die besondere Atmosphäre in Tonstudios. Was macht die aus? Das würde mich interessieren. Es ist eine Mischung aus diesem besonderen Klang, den du dadurch hast, dass normalerweise ein Tonstudio eine gedämpfte Akustik hat. Das gibt dem Ganzen, was ich da tue, gleich so etwas, ich will jetzt nicht sagen Ernsthaftes, aber man ist sehr fokussiert auf Sprechen. Es sind meistens aber auch Orte, die entkoppelt sind von Wind und Wetter. Man ist also wirklich auch dadurch erneut, auch das Spielterein, sehr, sehr konzentriert. Natürlich ist da auch sehr viel Technik, viele Möglichkeiten zu spielen, zu experimentieren. Das mag ich irgendwie, diese besondere Fokussierung, dieser besondere Klang. Es fällt die Studiotür hinter dir zu, es macht einmal groß Wumms und du bist einfach im Stillen mit dir alleine oder mit den Leuten alleine, mit denen du da zusammenarbeitest. Im besten Fall hast du dann noch einen Kopfhörer auf, der diesen Effekt dann auch mal verstärkt, finde ich, dass es noch fokussierter, noch mehr an diesem schwer zu beschreibenden Raum, wenn man ihn nicht erlebt hat, dieser Tonstudiotonraum, dieser Äther letztlich, der da existiert. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ist es dann schon so, du verschwindest dann in deine Welt? Genau, ich verschwinde in meine Welt und ich beiße mich dann auch fest an Projekten. Und das ist auch was, was sich immer durchgezogen hat, wenn eine Aufgabe erstmal angefangen ist, wenn ein Projekt läuft, dann spielen auch Zeit und Raum keine Rolle mehr. Wir hatten das damals, unsere Lokalfunkphase, dass unsere Sendungen jeden Samstag ausgestrahlt wurden. 14 Uhr, die Vorbereitung begann in der Regel morgens um 10. Und der Tag endete nicht vor Nachts um 5, bis alles fertig war für die nächste Sendung, weil in der Woche bedingte Schule nicht viel Zeit war, daran zu arbeiten. Also war völlig egal, wie lange das dauerte, ob wir irgendwie müde wurden, gefahren wurde oder abgeschlossen wurde, wenn es fertig war. Egal, wie spät das war. Und das ist diese Power, diese Kraft, die so eine Idee eigentlich auslöst, die man unbedingt in die Form bringen möchte, die es später haben soll, sei es ein Hörspiegel oder ein Stück Programmcode oder ein Film. Das ist eigentlich ein tolles Lebenselixier, wenn es funktioniert. Klappt nicht immer, aber wenn es funktioniert, ist das super. Aber diese Tür, die hinter dir zufallen muss, ist das etwas, wo du sagst, das brauchst du so von deinem Alltag her? Oder wie kamst du zu, weil andere, keine Ahnung, machen Sport oder Verreisen? Aber zu sagen, ich beschäftige mich jetzt wirklich in einem stillen Kämmerlein mit Geräuschen, ist ja doch nochmal eine andere Ecke. Ja, das Interessante ist, dass ich diese Tür mittlerweile überhaupt nicht mehr brauche, weil ich ein Mensch bin. Das ist halt auch noch so ein Aspekt, der auch dazukommt. Ich bin extrem viel unterwegs. Ich reise gerne. Ich bin auch recht mobil, zwar mit Zügen, aber ich finde das gerade richtig. Und ich kann auch mittlerweile an jedem Ort der Welt arbeiten. Ich kann im Zug arbeiten, im Café arbeiten. Eigentlich ist das dann das Gleiche. Zumindest, wenn ich mich auf eine Arbeit konzentrieren kann, die ich im Rechner machen muss. Was das Zusammenarbeiten mit Leuten angeht, wenn ich jetzt an einem Projekt arbeite, ist das natürlich immer was anderes. Da ist es toll, so einen Ort zu haben, an dem man sich wirklich konzentrieren kann, an dem man nichts ablenkt. Aber das sind verschiedene Dinger, glaube ich. Also ich brauche das in der Form nicht, obwohl ich es liebe, wenn man sowas hat. Du hast gesagt, du verreist sehr gerne. Wie sieht das aus? Bist du jemand, der in die Pampa oder in die Großstadt? Beides, solange es nicht Strand ist, das finde ich nämlich meistens unglaublich langweilig. Wichtig sind für mich Kontraste, sind Überraschungen und ich brauche immer etwas Neues zu entdecken. Ich bin wahrscheinlich die beste Form von Neophil, wie man das so schön neudeutsch nennen mag. Ich brauche immer irgendwie Flächen und Regionen, die ich erkunden kann. Deswegen sieht bei mir ein typischer Urlaub oftmals so aus, dass ich eine Region abstecke, ein Flug buche, einen Auto besorge, das also vorbuche und dann passiert erst mal nichts weiter im Vorfeld und der Rest ergibt sich einfach während der Fahrt. Ich buche meine Übernachtung vor Ort. Ich gucke, welcher Ort als nächstes und frage, kommt, entdecke unterwegs vielleicht noch Orte. Und dabei mag ich gleichermaßen eine Stadt zu erkunden oder auch auf einen Berg zu fahren und dort oder zu gehen und mich zu Fuß oder auf anderen Verkehrsmitteln mit der Region zu beschäftigen, in die Ferne zu gucken oder an eine Großstadt zu schauen. Und das ist alles interessant, wenn dieser Wechsel zwischen groß und klein, wenn wieder etwas Neues dabei ist, was mich überrascht, was mich interessiert und was mich auf neue Gedanken bringt, ist ein bisschen eine Sucht und vielleicht auch ein bisschen eine Flucht, um da auch etwas selbstkritischer zu werden. Es ist sicherlich nicht alles perfekt dabei, aber es ist auch wieder etwas, was mich vorantreibt und was mich zieht, durchs Leben zieht quasi. Vor was flüchtest du denn? Ich glaube vor Gleichförmigkeit und vor Stillstand. Da könnte man jetzt etwas zynisch fragen und du arbeitest an einer Universität? Ja, das ist sicherlich auch nicht ohne Grübeleien, ob das etwas ist, was mich mein Leben lang tragen wird. Das Schöne bei diesem Job ist allerdings, dass er mittlerweile auch, er darf Ideen haben oder wir dürfen Ideen haben. Das war ein langer Kampf. Und wenn ich mal gucke, was so alles möglich war, ich habe in dem Job als E-Learning-Koordinator mit Helge zusammen, der auch mit mir einen Podcast macht, ein Gewürz entwickelt, eine Veranstaltung auf die Beine gestellt für Erstsemester, an der im Prinzip eigentlich jede kreative Freiheit ist, ein Kochbuch entwickelt, Filme gedreht. Also letztlich steckt da so viel Vielfältigkeit drin, dass solange das gegeben ist für mich, der Job eigentlich genau richtig ist. Denn klar, ich könnte jetzt alle zwei Jahre den Arbeitsplatz wechseln, aber ich glaube, dass im Umfeld einer Firma, wo es halt vielleicht mehr als an der Hochschule darauf ankommt, dass jedes einzelne Projekt auch irgendwie ihren Erfolg bringt, sprich Geld, vielleicht nicht so viel Freiheit gegeben ist, auch Neues auszuprobieren. Außer das wäre nun genau meine Aufgabe. Insofern Hochschulen nicht unbedingt das Schlechteste, um Neues zu erkunden. Ich meine, Hochschulen sind ja auch forschend tätig. Ich bin zwar kein Wissenschaftler, das nun gerade nicht, aber auch in anderen Bereichen spielt dieses freigeistige Denken, glaube ich, durchaus eine Rolle. Zum Beispiel? Naja, dass es einen Bereich gibt in der Hochschule, sich mit Neuem zu beschäftigen, Ideen zu haben. Wir überlegen gerade, eine App zu entwickeln für das Lernen in Gruppen, die, wenn sie funktioniert, sehr interessante Ergebnisse bringt, wie man unabhängig von Facebook und anderen Möglichkeiten an der Hochschule sowohl Orte findet und bucht, als auch Freunde findet und mit ihnen kommuniziert. Mal schauen, ob das was wird. Das wäre wieder so etwas, einen Nutzen zu schaffen mit aktuellen technischen Möglichkeiten, die möglichst vielen Menschen in ihrem Alltag ein bisschen helfen. Das finde ich auch eine Form von Kreativität. Da habe ich durchaus Bock, das zu machen. Muss man mal gucken, ob wir da die Gelder bekommen. Solche Kleinigkeiten sind eigentlich ganz schön. Das ist nur ein Projekt von ganz, ganz vielen, aber warum nicht? Also Projekte halten dich quasi über Wasser? Ja, Projekte halten dich über Wasser. Andere haben Familie, ich habe Projekte. Wenn ich irgendwann mal eine Familie haben würde, wäre das auch ein Projekt. Ich hoffe eins, was da nicht zu viel Ressourcen bündet. Aber es ist nicht geplant natürlich. Und wie feiert ihr dann Weihnachten, also du und deine Projekte? Tja, das ist eine schwierige Frage. Weihnachten wird es ein bisschen einsam. Du hast schon sehr oft Helge erwähnt und euren Podcast, den wir noch nicht vorgestellt haben. Ist Helge von dir ein guter Freund oder wie seid ihr da zueinander geraten auf dieser Podcast-Ebene? Helge ist Freund und mittlerweile leider Ex-Kollege mit Podcaster. Wir haben viele Jahre zusammen gearbeitet. Ich glaube, es waren sechs. Und haben gemeinsam den Bereich Support, also Telefonsupport aufgebaut an der Uni. Weil wir eben auch beide Menschen sind, die gerne eben Technik erklären und mit Menschen helfen. Das ist so ein bisschen das Helfer-Syndrom. Dass wir gesagt haben, ohne eine Support-Hotline geht es nicht. Dadurch haben wir eigentlich, wir haben quasi sechs Jahre nebeneinander gesessen und viel kommuniziert, viele Ideen ausgetauscht und uns sehr gut kennengelernt. Vielleicht besser, als man manchen Freund kennenlernen würde, den man eben nur abends trifft, haben wir uns durch die vielen Stunden Arbeitszeit, in denen wir eben nicht nur gearbeitet haben, kann man mal gestehen, einfach sehr gut kennengelernt und viele gemeinsame Interessen entdeckt. Unter anderem das Podcasting. Und irgendwann kamen wir an den Punkt, wo wir gesagt haben, wir gerne was zusammen machen. Nur was? Und wir kamen dann auf die Möglichkeit, sich mit Ansteckmikrofonen selbst aufzunehmen, was ansonsten eher eingesetzt wird, um Hochschullehrer bei Vorlesungsaufzeichnungen oder andere Menschen, die gerade eine Rede halten, aber nicht unbedingt verkabelt sein sollen, per Funk anzubinden. Also die Kombination ist ein Funkmikrofon, das unauffällig am Körper sitzt, das die Stimme sehr gut aufnimmt und auch das drumherum. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es mal aus. Wir machen einen Podcast, der sich mit draußen beschäftigt. Einen Podcast, der sich nicht mit Technik beschäftigt. Einen Podcast, der für nicht die typischen Hörer aus dem, sage ich mal, klassischen Nerdsektor, ohne es jetzt abwerten zu wollen, gedacht ist, sondern eigentlich an jeden auf der Straße, der sich dafür interessiert, wie wir zusammenleben. In der Regel in Städten, was Architektur bedeutet, welche Systeme in Städten existieren, welche Probleme vielleicht auch angesprochen werden müssen und was sich daraus eigentlich ergibt. Dieses Urbane, dieses Ästhetische, eben auch wie eigentlich das aussieht, was die Gesellschaft erschafft, sowohl jetzt als auch in der Vergangenheit, das alles mal zu beleuchten und durch die Rundgänge an verschiedenen Orten, in der Regel in Hannover, da ich dort arbeite und er dort lebt, ganz gut geeignet, verschiedenste Aspekte zu erschließen. Das war vor drei Jahren ungefähr im Mai. Wir sind jetzt bei etwa 80 Folgen. Genau, Schöne Ecken heißt der Podcast. Geht zurück auf den Spruch, der gerade für Hannover sehr gut passt. Diese Stadt hat ja auch Schöne Ecken, was sich eigentlich für eine Beleidigung eher, Halte. Das ist die Kategorie, die man den Städten sagt, oder den Bewohnern, die aus Städten kommen, die man nicht sagen will, dass man es nicht ganz so toll in ihren Städten findet. Also was ist toll an Hannover? Rette Hannover. Es gibt vieles, was schön ist. Großer Stadtwald, Eilenrile, Maschsee, Herrenhauser Gärten, wundervolle Renaissance-Gartenanlage. Die Universität selber ist eigentlich auch sehr schön in vielen Bereichen. Es gibt ja viel Grün und ja, das ist was, was mich sehr antreibt. Ich bin selbst natürlich kein Hannover-Fan, sonst würde ich da leben. Ich wohne in Göttingen und pendle nach Hannover. Aber ich finde die Stadt, glaube ich, in vielerlei Hinsicht sehr interessant, um über sie zu sprechen und sie vor allen Dingen als Beispiel für Stadt zu nehmen. In allem Guten, aber auch Schlechten. Als Beispiel für Dinge, die in Städten passieren. Für Erneuerung, für Bausünden, insbesondere Weltkriegsschäden. Vieles, was Hannover einfach sich sehr, sehr gut zeigen lässt. Und ihr lauft dann da mit dem Ansteck-Mikro gemeinsam durch die Stadt? Genau, wir laufen mit zwei Ansteck-Mikros gemeinsam durch die Stadt, sodass es eigentlich auch nicht weiter auffällt, dass wir uns aufnehmen, weil die Mikrofone sehr klein und neuffällig sind. Wir laufen manchmal Stadtviertel ab, manchmal einfach nur ein Gebäude, manchmal aber auch auf dem zugefrorenen Maschsee oder in Parks. Wir laufen, ja, das haben wir noch gemacht. Wie kann man sich das dann vorstellen? Also bereitet ihr das dann vor oder einfach losgehen und reden? Wir bereiten uns nicht inhaltlich in dem Sinne vor, dass wir uns mit dem Ort ausführlich beschäftigen. Es beschränkt sich tatsächlich meistens auf Wikipedia-Artikel lesen und los. Wichtig ist uns das, was wir erleben, was wir empfinden, eigentlich zu formulieren. Dabei auch möglicherweise abzuschweifen auf eigene Geschichten, wie es der Podcast oftmals nun mal tut. Was mir wichtig ist, ist, dass jede Folge eine Idee hat. Ein Ort oder ein Gebäude. Idealerweise eine Verknüpfung aus Gebäude und Thema. Wir hatten mal eine Folge gemacht zum Thema Frauen und sind in der Innenstadt durch Geschäfte gelaufen und haben Dessous-Verkäuferinnen befragt, was man denn eigentlich dazu wissen muss, wenn ein Mann ein Dessous kauft. Solche Verbindungen mag ich eigentlich. Und was muss man wissen? Ein kompliziertes Größensystem, vor allem in dem Brustumfang. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich habe seitdem kein Dessous kaufen müssen. Kann man nachhören. Folge irgendwas in den 40ern, glaube ich, 50er. Diese Verbindung aus Thema und Ort ist eigentlich sehr schön. Das haben wir aktuell gemacht. Wir haben eine Folge gemacht, mit einem Gast habe ich eine Folge gemacht, zum Thema Schluss machen. Das habe ich gesehen, ja. Genau. Ein bisschen zynisch geworden, aber durchaus auch ein Thema, was man mal behandeln muss, die Kurzlebigkeit von Beziehungen und was das mit Orten zu tun hat, an dem man diese Beziehung beendet. Und das funktioniert auch sehr gut. Wobei, so ganz ist es ja nicht ein Podcast, hast du mir mal erzählt, weil ihr versucht ja trotzdem immer noch Bilder mit reinzubringen, was aber irgendwie technisch bisher noch nicht so gut klappt. Man könnte auch sagen, das ist ein Multimedia-Projekt, um diesen 90er-Jahr-Begriff aufzuwerben. Wir machen Fotos während der Folgen. Wir versuchen, die Fotos einzubauen in die Audiodatei, in der Form, dass mit der passenden Hardware, namentlich iPhone, leider geht es nur dort richtig gut, das passende Foto zur richtigen Zeit im Display erscheint, während man die Folge hört. Wir hoffen, dass es irgendwann auch besser wird. Es gibt theoretisch Bilder auch, die auch an anderen Geräten angezeigt werden. Wenn dann da die Software mitzieht, dann muss man mal schauen. Es funktioniert auch so leidlich auf der Webseite. Und natürlich gibt es Bildergalerien und teilweise auch DPS-Daten oder eine eingezeichnete Route auf einer Karte, die wir mitschreiben. Gibt es nicht bei allen Folgen, aber da, wo es Szenen gibt. Um einfach auch ein bisschen, also man kann die Folgen zweierlei hören. Man kann komplett alles ausblenden, was es da an Bildmaterial gibt und es als Hörspiel wirken lassen. Oder sich eben auch angucken, jederzeit, was wir sagen, damit man genau versteht, was wir da gerade ansprechen. Ich weiß nicht so genau, was die Hörer sich da üblicherweise nehmen. Und was ist so euer Feedback? Das Feedback ist dummerweise relativ wenig. Meine These ist, dass wir relativ wenig Glaubenskriege ansprechen, relativ wenig Themen ansprechen, zu denen Hörer unbedingt was sagen müssen. Ich glaube, wir haben sehr viele passive Hörer, die das sehr gern hören, die aber nicht unbedingt ihre Meinung verkünden müssen, weil viele Menschen haben, glaube ich, nicht die niederschreibenswürdige Meinung über eine Form der Stadtplanung oder sowas. Wenn ich jetzt eine Folge aufziehe und irgendwie den großen Streit zwischen was ist besser, Android oder iOS, dann muss sofort jeder dazu 15 Sachen schreiben. Und das haben wir so nicht. Deswegen gibt es relativ wenige Rückmeldungen. Oftmals gibt es ein paar Korrekturen oder Hinweise auf wichtige Themen, die wir nicht angeschnitten haben. Aber insgesamt sind die Rückmeldungen leider nicht so stark, wie man sich das vielleicht wünschen würde oder wie das bei anderen Podcasts zu sehen ist, obwohl die Downloadzahlen relativ gut sind. Natürlich wissen wir alle, das Downloadzahlen nicht unbedingt bedeuten, dass jemand zuhört oder aktiv zuhört. Aber Feedback ist ja doch so eine Triebfeder, um weiterzumachen oder motiviert. Was motiviert dann euch immer da dran zu bleiben? Ich meine, 80 Podcasts zu schaffen, ist ja doch schon mal eine ziemliche Ecke, die vermutlich zwei, drei Jahre braucht. Ja, drei Jahre, genau. Um so viele Podcasts überhaupt zu produzieren. Aber was hält euch motiviert? Man muss halt ein bisschen trennen. Das sind verschiedene Aspekte. Ich mache ja mittlerweile auch, weil Helge sehr wenig Zeit hat, als wären da Lehrer viele Folgen alleine, mich persönlich motiviert, dass ich über den Podcast an Orte komme, an die ich ansonsten vielleicht nicht gehen würde, über die Zeit nicht nehme, sie aufzusuchen. Ich war letzten Winter, ja letzten Herbst, in Nürnberg auf dem ehemaligen Quelle-Gelände mit Dirk Murschall, der dort sich gut auskennt und fotografiert hat und die ganze Kultur kennt, der mir diesen Ort gezeigt hat. Ich war schier begeistert, das gesehen zu haben. Er hätte es vermutlich nicht gemacht, ohne einen Podcast. Zwischen Helge und mir ist die Motivation, aber auch Freundschaft. Witzigerweise ist der Podcast eben auch ein Teil unserer Freundschaft, wo wir eben auch uns austauschen, was wir so erleben. Natürlich mit dem Mikrofon, aber das gehört dazu. Das hat sich so etabliert. Ja, und es ist halt irgendwo auch schön, so ein Projekt am Leben zu halten, sich zu entwickeln, wie so eine kleine Fernsehserie, um überlegt, okay, wir haben jetzt irgendwie 15 Folgen diese Themen gemacht, jetzt möchte ich gerne in die Richtung gehen und lerne dabei meistens in der Nachproduktion, in der Nachbereitung, relativ viel nochmal über die Orte, an denen ich gewesen bin. Feedback ist mir gar nicht so wichtig, muss ich gestehen. Das klar wäre schön, wenn es mehr gäbe. Vielleicht bin ich da ein bisschen verdorben durch den Lokalfunk. In der Lokalfunkzeit haben wir damals in zwei Jahren zwei Anrufe bekommen. Das war das gesamte Feedback. Beides Beschwerden. Das heißt, ich bin nicht gerade mit Feedback aufgewachsen. Also das heißt, es ist eigentlich nicht so sehr dein Bestreben, sozusagen mit einer Masse in Kontakt zu kommen, sondern eher für dich in Kontakt zu kommen mit jemandem. Ja, das ist, glaube ich, schon so. Also es ist nicht das Reich und Berühmt-Werden, Reich sowieso nicht und die große Interaktion mit der Masse, sondern es ist schon auch ein bisschen selbstreflektiv und selbstbezüglich, ohne das jetzt werden zu wollen. Das heißt, andere Leute gehen den Tee trinken, du machst einen Podcast. Genau. Vielleicht hat das auch nochmal Verbindung zu dem Raum, den wir vorhin angesprochen haben. Dieser Schallraum, in den ich hineinspreche, der mich mit mir selbst allein sein lässt oder mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ohne dass irgendwelche Zuhörer direkt zu sehen oder zu spüren sind. Die Verbindung kann man, glaube ich, ziehen. Das hat irgendwie auch dieses Selbstbezogene, ohne jetzt von Egoismus anzufangen, sondern es geht tatsächlich einfach nur sich mit sich selbst und dem, was man erlebt, zu beschäftigen. Oder so. Klingt jetzt so hochdrahmend, aber wird vielleicht klar. Ziehst du dann da irgendwas raus oder ist es einfach nur zu abschalten? Das ist schwer zu beantworten. Ich glaube schon, dass ich etwas dabei rausziehe, gerade auch die Verknüpfung zum Reisen. Wir haben ja auch irgendwann angefangen, Podcast-Folgen als Double-Ender zu machen. Sprich, ich bin unterwegs in zum Beispiel Spanien und Helge sitzt zu Hause in Hannover und wir unterhalten uns per Telefon, nehmen uns jeweils vor Ort auf und bauen das zusammen. Ich habe gemerkt, dass sich im Laufe der Jahre mein Blick auf das, was ich sehe, stark verändert hat. Ich bin da ernsthafter geworden. Früher war ich von allem, was neu und groß und teuer ist, schier begeistert. Eben auch der Bezug zur Architektur, zu großen, tollen Gebäuden, zu großen Planungen und vielen anderen Dingen. Und habe irgendwann gelernt, hinter die Fassade zu schauen und auch durchaus kritischer zu werden. Vielleicht sogar ein bisschen zu kritisch. Zum Beispiel? Ja, Spanien ist ein gutes Beispiel. Ich bin ein großer Spanien-Fan. Und Beispiel Stadt der Künste in Valencia. Da hat man für eine Milliarde eine Mischung oder eine Reihe von Gebäuden hingestellt. Opernhaus, Meeresmuseum, IMAX-Kino und so weiter, was man halt so baut. Und hat dafür einen Star-Architekten Santiago Calatrava beauftragt, der aus der Stadt sagt, ursprünglich kommt. Und ich wusste von diesem Projekt schlichtweg nichts. Ich bin im Jahre 2007 zum ersten Mal dort gewesen, bin quasi über diese eine Milliarde teure Anlage gestolpert und war einfach komplett sprachlos, großartig, Hammer. Und dann in den Fotos gemacht und wollte unbedingt nochmal wieder hin und war letztes Jahr dann das zweite Mal da. Und es war plötzlich etwas, ein etwas schaler Beigeschmack dabei, weil ich durch die Reisen in Spanien mittlerweile gelernt habe, dass, naja, es ist ein sehr teures Projekt, was ohne quasi Sinn gebaut wurde. Es gab keinen Bedarf an diesen Gebäuden. Es gab keinen Bedarf an dieser Entwicklung. Und das ist eigentlich sehr schade und etwas, was mir auch sehr wehtut, dass einerseits großartige Kunst geschaffen wird, andererseits ohne Nutzen und einfach auch mit dem Verbrennen von Ressourcen. Und das ist einfach was, was ich, glaube ich, gelernt habe durch Reisen und auch durch das Reflektieren, was ich sehe. Aber ich habe eben auch herausgefunden und gelernt, was die Beweggründe waren, entsprechend der geschichtliche Hintergrund. Und ich muss mir jetzt nicht so tief darauf eingehen, kann man sich in den Folgen auch anhören. Nichts geschieht halt einfach zufällig, sondern es gibt halt immer eine Geschichte. Also kann man sagen, du siehst inzwischen mehr den Dreck und Schmutz? Ja, ich sehe mehr den Dreck und Schmutz. Ich sehe auch mehr das Menschliche und vielleicht auch mehr das Scheitern. Aber ich kann mich nach wie vor auch an Schönem, an Großen und an absurden Ideen begeistern. Deswegen fahre ich auch weiter nach Spanien. Wenn du sagst, du siehst, dass gerade im Städtebau vieles manchmal schief läuft, klar, aber siehst du das dann auch so soziologisch irgendwie mit den Menschen zusammen oder siehst du es eher so als, naja, da ist halt was Falsches gebaut worden, weil du erzählst viel über Stadtentwicklung, aber beschäftigst du dich dann auch aktiv mit sozusagen den Gefügen von den Menschen, die dort leben oder ist das bisher noch so eher ein unentdeckter Bereich? Das ist ein unentdeckter Bereich und wir blenden mal aus, dass ich Sozialwissenschaft studiert habe. Das war aber tatsächlich ein Vehikel, um an die Medienwissenschaft dran zu kommen. Ich bin nicht so sehr stark auf den menschlichen Strukturen, glaube ich, unterwegs, aber ich behaupte und ich habe auch schon erlebt, dass ich da nicht ganz falsch liege, dass ich relativ viel aus, also aus dem Formalen, aus dem Werk, was Menschen schaffen, auf ihre Strukturen und ihre Gesellschaft schließen kann. Ich habe einen Podcast gemacht im letzten Jahr mit Carlos in Valolid in der Nähe von Madrid, der eigentlich alle meine Thesen, die ich über das Zusammenlegen und auch über die spanische Krise, die aktuell, die gerade auch das Bauen sehr stark umfasst, durchw. die Immobilienblase, sehr bestätigt hat, dass das, was ich an Vermutungen habe, eigentlich richtig ist. Er hat nur noch ein bisschen mehr Details geliefert. Das heißt, ich glaube schon, man kann aus dem, das, was Menschen erschaffen, ohne sich mit ihnen direkt zu beschäftigen, doch eine Menge ja auch soziologischer Annahmen und Erkenntnisse gewinnen. Auch wenn das vielleicht nicht der naheliegende normale Weg ist, sondern ein etwas anderer Weg, der aber vielleicht trotzdem oder gerade deswegen nochmal, also für mich auf jeden Fall super interessant ist. Und was wäre dann das Beispiel an Hannover? Also was kann man da rausziehen? Also was Scheitern angeht, ist natürlich das E-Mail-Zentrum. Das ist eines der typischen 60er-Jahre-Projekte, wo unendlich Beton zu einem Ungetüm an Gebäuden und Hochhäusern zusammengefügt wurde. Geplant wurde, ursprünglich das Ganze viermal zu bauen. Das haben sie zum Glück nicht getan. Aktuell ist es eigentlich ein Ausdruck von grandiosem Scheitern und massiven Scheitern, weil niemand bereit ist, diese Gebäudestrukturen zu sanieren. Insbesondere die Erdgeschoss-Ebenen, wo Geschäfte und andere Flächen für die Öffentlichkeit vorgesehen waren. Das ist quasi im Fundament eine einzige Baustelle, eine Ruine, aber oben drüber leben Menschen, weil Eigentumswohnung vergeben wurde. Die Substanz ist nicht kaputt, aber sie ist halt optisch in einem schrecklichen Zustand. Also alles, was ich als Passant sehe, ist Baustelle und Ruine, aber oben drüber leben sehr viele Menschen, die ihre Wohnung nicht hergeben wollen, weil sie tolle Aussichten haben. Und das ist ein Problem, das nicht zu lösen ist. Niemand ist bereit, so viel Geld zu investieren, weil man eigentlich alles abreißen müsste. Das ging aber nur, wenn man die Menschen dort ja quasi ihre Wohnung wieder abkauft. Das ist aber noch viel teurer und wird nicht passieren. Das heißt, es wird weiter vor sich hin rotten und das ist ein ziemlich krasses Beispiel für grandiose Scheitern, was auch gleichzeitig verbunden ist mit der Geschichte der Zeit, mit damals Hoffnung auf eine grandiose Zukunft, möglichst effizientes, modernes Zusammenleben in schicken, rational gestalteten Wohnanlagen, was wir alle wissen, überhaupt nicht funktioniert, wobei die gleichen Fehler mittlerweile wieder gemacht werden. Also das ist ein großartiges Beispiel oder ein sehr trauriges Beispiel in beide Richtungen. Sehr bewegend und auch für mich sehr emotional, weil mich sowas schon umtreibt und auch ärgerlich und wütend macht. Aber was kann es dir dann zu den Leuten sagen, weil du vorhin gemeint hast, du ziehst eher aus dem, was geschaffen wurde, deine Meinung über Menschen, die dort leben. Jetzt so ein bisschen die Innen- und Außenperspektive. Beziehungsweise haben wir tatsächlich in dem Gebäude auch mit Leuten gesprochen, die da leben. Man lebt da eigentlich sehr gerne und ignoriert quasi das Siechen- so Fundament. Vielleicht müsste ich mich mit dem Gebäude noch mehr beschäftigen, aber grundsätzlich ist es das. Also es ist halt nicht alles, es steckt halt mehrerlei drin. Es ist optisch Schrott, aber es ist eine trotzdem noch hohe Lebensqualität. Auch etwas, worauf man stolz ist. Also eine Wohnung dort um 14. Stock mit Ausblick über die ganze Stadt ist nach wie vor eine sehr schöne, großartige Wohnlage. Die gibt man nicht her. Es ist ein krasser Konflikt zwischen Stadtplanung und auch Immobilienentwicklern, die gerne dort vielleicht einsteigen wollen, wenn sie mehr abreißen dürften und den Besitzern, die da die große Macht haben. Kommen wir mal weg von Scheitern wieder hin zum Thema Audio. Wir haben vorhin mal kurz Musik angerissen, aber ich habe, also ein Vöglein hat mir gezwitschert, du kannst kein Musikstück zweimal anhören. Stimmt das? Ja, das ist nicht ganz so extrem, aber ich habe ein großes Problem mit Wiederholungen und mit Rundanzen. Tatsächlich habe ich nahezu keine Alben. Es gibt drei oder vier Ausnahmen, die ich oft hören kann. Manche kann ich, es ist Crystal Method Vegas, das ist damals frühe 90er, nicht späte 90er Jahre ganz bekannt geworden, weil es im Matrix-Trailer zu hören war, eines der Stücke. Diese typische elektronische Musik, die man damals in vielen Filmen, in vielen Action und Computerspielen, Need for Speed und sowas gehört hat. Großartiges Album, aber auch das kann ich mittlerweile vielleicht einmal im Jahr hören oder seltener. Danach muss ich es beiseite legen, weil es ansonsten sich sehr abnutzt. Ich habe diesen Effekt des akustischen Einbrennens, könnte man sagen, ganz stark, auch bei Geräuschen. Ich erkenne Geräusche in den Filmen mittlerweile wieder. Wenn man sich einmal mit einem bestimmten Geräusch beschäftigt hat oder wenn ich das getan habe, dann ist dieses Geräusch quasi in meinem Gehirn so stark eingebrannt, dass eine Wiederholung eher Abneigung und Widerstand auslöst. Da denkt man mir, oh nein, nicht schon wieder, geh mir weg. Das ist bei Musik auch so ein bisschen so. Das ist ein bisschen ein Problem, weil ich tatsächlich wenig neue Musik finde, die mich noch interessiert, weil ich sehr viel darin einfach schon kenne und auch da bin ich eigentlich neophil. Ich brauche Neuland, aber ich finde keins mehr und ich befürchte, es wird mir irgendwann auch mit meinen Reisen so gehen, dass ich nicht mehr wirklich Neuland finde, weil ich das Gefühl habe, alles schon gesehen zu haben, dass sich schon Aspekte in meinem Gehirn eingebrannt haben. Also ich gewöhne mich extrem schnell an Dinge. Und was machst du dann, wenn du nichts Neues mehr findest? Das Thema wechseln, solange das noch geht oder das Sujet. Okay, also das ist das Projektthema. Also dann ist es vielleicht nicht mehr Audio, sondern es ist wieder Video oder ich kümmere mich dann doch wieder um Programmieren oder Apps oder ich mache auch ein bisschen grafische Geschichten. Mache ja auch sehr viel Interface Design für Strut IP, was ich wiederum auch sehr kreativ finde. Also öfter das Projekt wechselt, geht es halt noch. Hoffen wir mal, dass nicht irgendwann die Themen und die Ideen und die Möglichkeiten, mein Interesse oder mein Wissen anzuwenden ausgehen. Und worin geht es dann als nächstes? Das ist eine derzeit tatsächlich etwas schwierige Frage. Ich habe jetzt relativ viel gemacht und erlebt. Ich bin ja sehr viel im Theater unterwegs gewesen, habe auch gespielt und inszeniert. Glaube auch nicht, dass das ein Weg ist, den ich jetzt noch viel weiter gehen will. Im Augenblick bin ich tatsächlich wieder an einem Punkt, wo ich das nächste größere Thema noch suche. Wird sich sicherlich finden, aber ich kann es derzeit nicht benennen. Vielleicht wird es, da kann ich etwas Werbung machen. Wir haben einen Vortrag auf der Republika gemeinsam mit Martin Fischer vom Staatsbürgerkunde-Podcast und der dreht sich witzigerweise um Geschichte und ich war nie ein Mensch, der sich groß mit Geschichte beschäftigt hat. Martin wird sich da auch um die Inhalte kümmern, nicht um den akustischen Teil. Wir werden Zitate einspielen und viele Geräusche und das Ganze wird stattfinden unter dem Titel 200 Jahre Widerstand. Eine Reise durch verschiedene Widerstandskämpfe und Situationen, die dann in Kontrast oder Beziehung gesetzt werden mit der aktuellen Lage rund um Überwachung und Snowden. Möglicherweise gibt es daraus eine ganz neue Idee, welche Projekte dann entstehen könnten, weil es einfach nochmal eigentlich mit nichts zu direkt vergleichbar ist, was ich gemacht habe. Mal schauen, wie das so anfühlt. Ein Vortrag über die Geschichte mit Geräuschen. Das klingt doch genau nach dem, was dir liegt. Richtig. Ein Themenbereich mit Geräuschen. Also Geräusch ist etwas, das brauchst du eigentlich. Also egal, was du kreativ machst, ob es Theater ist, ob es Film ist, Geräusche müssen dabei sein. Richtig, ich liebe Hören. Ich bin zum Beispiel zum Theater gekommen, weil mich der Einsatz von Geräuschen oder die Art, wie überhaupt dort Akustik gestaltet wird, einfach erschüttert hat, sage ich mal. Das war sehr, sehr stiefmütterlich, sehr, sehr, sehr teilweise, na gut, müssen wir nicht darauf eingehen. Ich wollte es gerne anders haben, habe ich gefragt, hey, könnt ihr da wir brauchen? Ja, helft mal mit, musst aber Licht lernen, weil Licht und Ton, das gehört zusammen, das ist gar nicht getrennt. Ich habe mich mit Licht beschäftigt und Lichttechnik gelernt. Also auch da war der Schlüssel eigentlich das Geräusch. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich wieder mehr Akustik machen darf, weil man eben dann so ein bisschen seine Läubern verdient hat und dafür bekannt ist, das vielleicht am besten zu können. Ich höre sehr genau hin, ich höre im Kino sehr genau hin, ich höre auch im Zug sehr genau hin, ich bin dann auch wiederum genervt, wenn ich Töne, Klingeltöne wiederholt hören muss und habe selbst keine Klingeltöne mehr. Das heißt nur noch Vibration? Genau, nur noch Vibration, das hat eine gewisse Reinheit und führt zu weniger Stress. Also Geräusche spielen überall eine Rolle, also ich höre überall hin, ich nehme gar nicht so viele Geräusche auf, wie man mir nachsagt, weil ich das tatsächlich nur tue, wenn ich tatsächlich einen konkreten Nutzen habe, wenn ich ein Projekt habe, wo ich was brauche, ich bin nicht der Geräuschesammler, der ständig mit dem Rekorder draußen steht, ich kann das auch nicht gut genug, dazu fehlt mir die Technik, diese Geräusche später genussvoll zu hören, dafür bin ich zu perfektionistisch, also mache ich es nicht, ich würde es vielleicht tun, wenn ich perfekte Audio-Rekorder mit verschiedensten Mikrofon-Setups hätte und du weißt selbst, dass man da relativ viel Geld und noch viel mehr und noch ein bisschen mehr ausgeben kann, um alles beieinander zu haben, was man braucht, würde auch bedeuten, dass ich jeden Urlaub mit einem riesigen Koffer an Technik unterwegs bin, das will ich irgendwo auch nicht. Deswegen reicht es mir schon auch genau hinzuhören und erfreue mich dann an gut gemischten Filmen, schön gemasterter Musik oder einfach Umgebungen, die sich gut anhören, die sich interessant anhören und das kann halt bis zum, du hast es ja entdeckt, dem Regen in Salzburg gehen. Gibt es aber eigentlich Momente, wo du sagst, hier will ich jetzt nichts hören, also kein Geräusch, nichts, Stille? Es ist nicht so oft, es wird ein bisschen mehr, liegt vielleicht am Alter, aber eigentlich, vielleicht, wenn ich schlafen möchte, klar, das hat jeder, ich wünsche mir beim Fliegen, dass es nicht so laut ist, aber eigentlich bin ich nicht unbedingt ein Mensch, der reine Stille braucht. Das ist dann abzüglich vielleicht der Studiosituation, wenn ich Geräusche produzieren möchte, dann ist Stille natürlich wichtig, aber die reine Stille genießen, ich glaube, also wenn es leise ist, sagen wir mal, ich bin im Wald oder in einem Park und kann mich auch mit den diffizilen Geräuschen beschäftigen, die es den Fernsehören gibt, das ist in Ordnung, aber komplette Stille ist schon etwas eher unschönes, wenn es keinen Grund gibt, sie, wie gesagt, im Studio zu nutzen. also wenn ich, der Sinn, auf den ich am wenigsten verzichten würde, wäre eben das Hören, wenn ich taub wäre, die Stille zu ertragen, das könnte tatsächlich, das stelle ich mir sehr, sehr schrecklich vor, weil Akustik letztlich immer Textur bedeutet und vielleicht auch immer wieder Neues zu entdecken oder Details zu finden und wenn das weg ist, dann wäre ich lieber blind, wenn ich die Wahl hätte. Das kommt wirklich von diesem Radioerlebnis aus deiner Kindheit dann. Ich vermute es ja. Ich kann es nicht genau benennen, als dass dieser Kassettenrekorder mit seiner Geräuschaufnahmefunktion das prägende Ding war und auch nachfolgende Geräte und Kassettenrekorder mit der Möglichkeit, selber Sendungen zu produzieren, was wir dann auch versucht haben, für Gleis und Fahrten und anderes immer wieder prägend und immer wieder schön und toll war. Ich kann es nicht genau beschreiben, da müsste ich wahrscheinlich in der Therapie, um das rauszufinden, aber es prägt mich. Nein, also diese Fragen sind im Nachgespräch normal, da geht es manchmal etwas in die Metaebenen rein. Finde ich gut. Ich denke, du hast mir schon relativ großen Überblick gegeben über das, was dich so beschäftigt und mit was du deine Zeit so verbringst und am Ende des ersten Nachgesprächs, also eigentlich, wie der letzte Gast sagte, des Vorgesprächs, da stehen so immer so zehn Statements. Das heißt, ich sage dir ein Wort und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Musik. Nicht ganz meins. Universität. Der wichtigste Ort meines Lebens und gleichzeitig auch der, der mich am meisten Kraft gekostet hat. Stud-IP. Ein Kind, das nicht erwachsen werden will. Geräusch. Lebenselixier. Kultur. Vielfältig und immer noch nicht wirklich in allen Richtungen erschlossen, glaube ich. Da gibt es noch viel zu entdecken. Helge. Einer der wichtigsten Menschen der letzten zehn Jahre. Liebe. Fehlt oder ist seltener geworden. Dürfte mehr sein. Religion. Habe ich hinter mir gelassen. Nerd. Ein Begriff, der sich verschiebt und den ich versuche, durch einen anderen Begriff oder Art des Lebens allmählich zu ersetzen. Was kommt nach dem Nerd? Freiheit. Reisen.